So oder so. Also muss ich warten, bis ich die Chance habe. Äh. Ich werde ihn töten müssen. Schade. Ich werde ihn aber auch töten. Ich hoffe, der andere kommt nicht jetzt. Oh, oh. Fuck. Was? Nein. Ach, ist das doof. Ist das gemein. Wer hat sich das einfallen lassen? Bam. So, jetzt bin ich hier durch. Jetzt weiß ich nur nicht. Sollte ich nach unten oder sollte ich weitergehen? Ah, ich gehe hier lang. So. Erstmal hier hoch. Was ist da? Da ist eine Tür. Okay. Mit einem Schlüssel sogar. Das macht sehr viel Freude. So, was haben wir hier? Noch eine Tür mit ohne was. Mit ohne was. Einmal mit ohne, bitte. Und da ist noch eine Tür. Und da komme ich auch ran. Ich glaube, langsam erinnere ich mich an die Architektur von dem Level hier. Aber nicht so genau. So, jetzt. Haha. Jetzt komme ich weiter. Hangel dich, hangel dich. Ja, mache schon. Da ist noch eine Tür. Mal sehen, was die mir so bringen wird. Ah, noch ein Schlüssel. Dann wette ich, das ist... Genau, das ist dort. Da. Da komme ich jetzt wieder da runter. So. Die Sache ist jetzt nur, was mache ich mit dem da unten? Ha, das klappt. Und, äh, für nix. Ja. Ich habe es geschafft, aber es bringt mir nix. Ja. Also, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Das ist so langweilig. Komme ich hier noch höher, oder war's das? Ja, das war's. So, das Problem wird jetzt sein, wie komme ich weiter? Ah, nein, ich wollte doch nicht, ich wollte doch noch umdrehen. Ach. Ich hasse es. So, jetzt aber. Oder nee, ich gehe erstmal da unten lang. Vielleicht ist es hilfreicher. Hopp, 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 hopp. Ja, genau so. Schlüsselchen. So, und beim nächsten auch gleich. Nochmal Schlüsselchen. Und was kriege ich, wenn ich jetzt hier lang gehe eigentlich? Nichts bisher, weil ich habe noch keinen Hammer. Ja, so. So. Na, wieder nix. Stimmt. Dit hätte mir jetzt auch einfallen können. So, 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 so. Jetzt erstmal das Teil und dann seh ich weiter. Äh, nö. Haha. Ha. Du denkst du kannst mich kriegen. Tust du aber nicht. Dann ist hier ja auch nix drin gewesen. Ich hab's doch gewusst. Wieso hab ich die nochmal aufgemacht? Mann. So, jetzt hier oben lang. Was haben wir hier? Ähm, Pfeil und Bogen haben wir hier. Was haben wir noch so? Da ist nochmal Pfeil und Bogen. Also hole ich mir nochmal Pfeil und Bogen. Ich will ganz, ganz viel Waffengewalt für mich beanspruchen können. Und, äh. Hey. Mann. Ich wollte auch durchrennen und nicht nach oben. Hey. Scheiß Steuerung. Scheiß Controller. Scheiß alles. Scheiß ich. Ja, es dauert ein bisschen länger wohl anscheinend hier. Das ist gar nicht schön. Das sollte es nämlich nicht. Naja, kann man aber nix machen, ne? So. Ah. Alles jetzt schon. Ein Ablauf. Wipp. Ja. Wer das Spiel mal im Speedrun macht, das will ich sehen. Ich könnte gerade echt abkotzen, weil ich dieses Spiel noch spielen muss. Ich meine, es ist ja kein schlechtes Spiel oder so. Nein, das will ich jetzt nicht sagen damit. Aber es ist auch kein wirklich gutes, wenn man so lange hintereinander spielen muss. Mit Pausen ist okay. Naja, aber die gönne ich mir nicht. Ich will durchkommen. Ja, ich will's schaffen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Klingt fies, aber ist wirklich so. 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 Jetzt erst mal. Äh. Wieder so ne Ameise. Nein, diesmal will sie mir nicht an den Kragen. Schön. Außer sie will jetzt. Nö, will sie nicht. Gut. Und die da wäre ich sicher noch... Hm. Weiß nicht. Die wird mich nicht kriegen. Das ist es. Blüpp. Blüpp. Gibt's da oben was? Oder ist da auch wieder was Leeres? Ah. Genau. Ich geh erstmal da lang. Ich muss eh dann wieder runter, ne. Denk ich. Immerhin. Ein Schlüssel. Ein ganz normaler Schlüssel. Und noch ein Schlüssel. Ja, ich fühl mich schon wieder wohler. So. So. Und jetzt noch die andere Tür, die wahrscheinlich leer ist. Weil die anderen waren schon gefüllt. Macht doch Sinn. Ey. Ah. Oh Gott. Wie viele Gegner sind das? Wie komm ich an denen vorbei? Ah. Ich weiß was. Ich weiß was. Fuhuui. Uua. So. Ganz einfach. So. Und jetzt komm ich auch hier lang. Das ist das Schöne. Ah. Ah. Der Geschmack des Erfolges. Immer wieder lecker. So. Jetzt wird's mir irgendwie grad ein bisschen kompliziert, oder? Und hoch. Und runter. Hm. Und hoch. Und hoch. Wie komm ich da? Ah. Okay. Das versteh ich. Ich komm also immer nur... Hm. Hm. Da hätt ich von Anfang an so und so weiter. Und überhaupt. Und alles. Ich kapier's nicht. Ja. Jedenfalls haufenweise Ameisen. Ähm. Ja. Um die Jahreszeit wird das auch wieder so werden. Ja. Da muss man sich drauf einstellen. Geh du auch noch da rein. Und du auch. Ah. Ihr seid so toll. Bitte fallt nicht runter jetzt. Irgendwie. Moment. Ich hab da immer noch keine... Nö. Hab ich nicht. Jetzt wird's gefährlich. Ach. Ich probier's. Boah. Fallene Ameisen. Das ist ja mal... Ein Schauspiel der Natur. Ja. Äh. Jetzt hab ich ein Problem. Weil... Ich weiß nicht. Was tue ich? Hier. Eigentlich. So. Aha. Ein Hammer. Das ist doch schon mal lobenswert. Und ich wette, ich weiß, wo der letzte Schlüssel ist. Aber ich geh erstmal hier lang. Oder? Naja. Wenigstens kann ich so die Ameisen weglocken. So. Kommt alle runter. Und dann geh ich hoch. Hm. Es bringt nicht so viel jetzt grad, wie's aussieht. So. Jetzt aber... Ah nein. Dann würden die mir entgegenkommen wahrscheinlich. Und höpp. Und höpp. Irgendwie... Seh ich grad kein... Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Und höpp. Ne. Ich muss nochmal zurückgehen und dann... Okay. Ich hoffe, die erwischt mich jetzt nicht. Natürlich tut sie's. Ah. Mann. Warum nur? Warum tun die das? Okay. Ich werd mich noch länger an dem Level aufhalten. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich von Anfang an an die Schlüssel komme, die ich haben will. Hoffe ich. Ja, so. Ich weiß, das dauert jetzt etwas länger, als es eigentlich sollte. Aber... Dieses Level ist eben so derbe beschissen, das glaubt man kaum. Naja, wenigstens weiß ich schon, wo die ersten drei Schlüssel sind und dadurch geht's ja schnell. Hm. Am liebsten würde ich ja speeden, aber... Nee. Nee. Das müsst ihr euch alles angucken. Das habt ihr nur davon. Ja.